ja da habe ich angefangen zu streamen halb vier schon ja hab ja ganz immer gearbeitet und dann so um halb vier vier habe ich schon den stream gestartet und dann so bis um sieben der typ echt auf dem sack können wir den irgendwie sperren oder was ja kannst du schon ja dann such dir halt ein paar leute die das machen blockieren mit mir will er sich sowieso nicht treffen ja deswegen ist das hier anders wie lange hast du gestern gestreamt wir sind ja gespeichert die videos noch ja ja ich habe mit musik im hinteren gestreamt weil ich halt hin und wieder man sich halt schon ein bisschen konzentrieren muss überlegen aber trotzdem ob ich das so schrittchenweise auch auf youtube hochladen dann ohne monetarisierung weiße mal gucken ja ich habe hier einmal den fehler gemacht was als fehler das war ja content free music ja das ist aber schon länger her für minecraft mal und dann gab es ja doch mal diese option dass du auf youtube selber dass die das dann rausfiltern wollen wieder nie wieder hört sich so furchtbar an das weiß ich nämlich weil ich ja letztes jahr für die 500 folge für die special folge da was schönes machen wollte und das konnte ich nicht nicht konnte ich nicht eine folge von nehmen ja das ist natürlich doof dann ja hört sich so blöd an und das war ja noch content free ich weiß gar nicht warum das angeprangert wurde keine ahnung problem ist das content free wenn irgendjemand sagt das konnten free muss das nicht content free sein weißt du das ist das ist ja das gewesen was wir beide damals weißt du mal runtergeladen hatten ja und ja das war ja eine zeit lang ging das ja auch gut und dann auf einmal scheint das dann doch nicht mehr so free zu sein wenn sie merken dass sie kein geld damit verdienen dann ändern sie ganz schnell ihre taktik ja das muss dann aber auch eigentlich doch nicht kennzeichnet werden oder nicht ja nur nur bei dir muss immer alles gekennzeichnet werden bei den anderen nicht was macht ihr da eigentlich gerade ich mache das dach was für ein dach ach so aber mit holz ja hat sie so beschlossen das waren wir beide so beschlossen da kannst du jetzt nichts mehr dran ändern nee haben wir so beschlossen genau da haben wir gedacht ähm wo ist mein zaun hier davon haben wir du brauchst auch wirklich einen nachwachsenden rohstoff dafür das ding ist ein bisschen größer weißt du ja da sind schon ein paar bäume dran haben wir uns das schon dran glauben ja äh was er gesagt hat er hat gesagt man müsste sich mit ihm treffen und viele vor äh uns hätten dann da schon zugesagt und hat geld genommen oder bekommen oder so ja dann kann er doch jetzt friedlich sein und ruhig und äh alles klar ja ich habe ihm ja auch gesagt dann soll er mal man muss sich für geld mit ihm treffen ja das kenne ich die stehen bei uns überall rum in der stadt kann ich ihm zeigen ja die nutten stehen bei uns auch rum die sagen wahrscheinlich auch das gleiche ne dreck mal blockiert solche hansel müssen wir nicht hier haben hansel dafür gibt es doch andere seiten oder ja bin mal ganz kurz weg okay das sagen sie immer und dann mal ganz kurz nur ich weiß nicht ob ich hier lauter scheiße baue das müssen wir nachher mal gucken na alles gut gegangen alles gut gegangen hast ja auch keine ansage gemacht durftest ja gar nicht ja scheiße du darfst ja nur mit ansagen ja nicht ja wie bereue ich gerade dass ich beim letzten mal nicht weiter gemacht habe aber ich hatte da echt keine lust mehr gehabt ja nur mal langsam wir haben ja hier das ist ja alles keine pflichtveranstaltung sondern soll auch noch irgendwo spaß machen spaß guck mal bei spaß bei spaß ist er wieder da ne doch mein schwein pfeift hier geht es nicht um spaß arbeiten leute arbeiten we don't do it for money we just do it for fun but the more money we get the more fun we have genau so jetzt habe ich das erstmal so gemacht dass ich das so mache und jetzt muss ich mich ganz nach oben bauen in die weiten höhen hinauf fang mal denn heute mit den seitenwänden hier hinten an bis jetzt noch nicht ja ja das was wir ursprünglich vor hatten bis jetzt noch nicht steffi warte mal warte mal ich bin dann noch gar nicht hier irgendwie die momente mal ich bin hier immer noch der fassaden kletterer ja ja das sagen sie dann alle die war nämlich zu fett hier was ich bin nicht zu fett ich meine noch die wand Mensch nimm doch das nicht immer persönlich Zero du musst jetzt streamen was willst du denn streamen Zero natürlich Horizon Zero Dawn sagt der Name ja schon oder? das kann ich nicht weg machen weil dann wünsche ich dir auf jeden fall viel spaß beim streamen was war das gerade? Entschuldigung ich war es nicht ich war es nicht das kann nur mein Brüderchen gewesen sein ach sag nicht nein mein Brüderchen würde sowas nie machen ich sag mal jetzt aus medizinischer Sicht was raus muss muss raus hm 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 Elswort was? laut einem freund wird der jetzt streamen und zwar Elswort was ist das? was sind das? aber nicht jetzt genau jetzt wird nämlich hier woanders geguckt echt mal kannst du ihm ja sagen hm Carsten mach doch mit hier hm? ne hm ne ne warum warum ist denn das hier so das weiß wieder keiner doch ich verrat's dir noch nicht haha ach Mensch du bist aber gemein ja ja oh Carsten guckst du gleich Fußball? wer spielt? ach so Bayern ja 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 Bayern Dortmund natürlich guck ich das halt an ach du liebe Güte ja 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 hoffentlich gibt's keine Toten klar muss es geben macht's keinen Spaß oh Gott oh Gott macht's doch nur mit Toten Menschen Spaß ja grummel unser einer kann dann wieder die Scherben zusammenkehren nein 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 was haben wir hier für scheiße gebaut echt mal diese ganze Front ist hohl hast du das gewusst? wie die ist hohl ja hohl also da ist ja eben einfach hohl ich denke wir hatten die komplett zugemauert also ähm das habe ich auch gedacht das genau das habe ich auch mal gedacht aber dem ist nicht so weil ich weiß ähm nix das wir das ist aber schon fast ein Jahr her ja da hatten wir von innen mit weil waren da Ziegel ja ja Ziegel ne haben wir gar nicht von innen genau haben wir doch von innen komplett zugemacht ja ich weiß nicht was wir gemacht haben aber komplett zu ist es nicht jedenfalls nicht in der Höhe äh Manga RPG äh hallo hallo kannst du das Lied schumm drum nein kann ich nicht hör mir doch mal an ich kann keine offizielle Musik anmachen wegen Gamer schumm drum ich hör mir mal an ob das überhaupt was ist was man sich anhören will ja sag mal zu dir ach du scheiße warte nu das ist dein fucking Erz was ist das denn schumm drum be drum alter alter was das ist irgend so ein sehr sehr merkwürdiger russischer singer der halt schumm drum be drum singt oh wie aufregend und dann mit so einer 90er Jahre disco mucke im Hintergrund oh Gott nein das ist recht nicht ja nein könne ich nicht mehr machen so ich geh jetzt mal der sagt doch irgendwie shit de bum de est du pesto oder so oh 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 wir lernen sprechen ach der ist pesto ja pesto ja 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 ganz wichtig für den tar weißt du weil der sieht ziemlich kalkig aus also ich schicke dir jetzt einfach mal den link und du kannst dir das gleich mal nach dem stream einfach mal für gemüte führen mhm 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 gleich wenn Pause ist dann mach ich das rein weißt du ja das kannst du machen das ist gut das kannst du machen also musst du so lange dranbleiben ender dark bis Pause ist und dann hörst du shit schumm drum be drum mit shit de estu pesto Hahahaha 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 Oh wie geil Oh Ah Schön Hahahaha Hast du denn das eine Spiel noch was du äh mir letztes mal hier gezeigt hast was du selber ähm hast du das eine spiel noch was du mir letztes mal gezeigt hast ja ist eine klare ansage ich weiß gar nicht wo das bläden ist ja als letzte woche bei uns warst da hast du mir doch ein spiel drauf gemacht auf meinem pc was du selber ja das ist im prinzip das was ich jetzt auch im live stream angefangen habe zu entwickeln genau wo ich dann noch mal im prinzip von vorne angefangen habe und dann gezeigt habe wie ich da hingekommen bin und so und hab dann halt auch versucht das zu erklären ja das habe ich noch wollte ich auch gleich ein bisschen weitermachen so und hier ist das ich will aber haben